ja hallo lieben christian schnader paddaport ganz schlepper mail ich bitte um nachsicht also es ist nicht schlimm weil weil ich habe ein bisschen frisuren abgekriegt auf dem berg es ist nicht schlimm weil jemand unter die räder kommt sondern ich weiß schon jetzt wieder was da für kommentare kommen werden und ich sage es vorab einfach noch mal es gibt ja polarität ich sage jeder soll machen was er will jeder soll glücklich werden wie er will jeder soll die rolle in der beziehung einnehmen wie er will ich schlage niemandem irgendwas vor was er machen soll einzige was ich sagt macht doch das was sich für euch gut anfühlt nichts anderes nichts anderes aber gut ich muss hier dann mal einen unangenehmen job hier machen hallo christian eine frage zur polarität und wie sich dadurch bisherige wesen züge und bedürfnisse ändern können kurz im hintergrund seit zwei monaten bin ich mitte 30 alleinerziehend zwei kinder nach meiner ehe wieder in einer festen partnerschaft diese begann mit umwegen und einigen stolpersteinen schließlich haben wir uns füreinander entschieden und möchten eine feste und liebevolle partnerschaft aufbauen ich nehme ihn als polaren sehr polaren mann an meiner seite wahr beschützend initiativ stark und klar sein wesen sorgt auf meiner seite für eine interessante entwicklung ich beobachte seit einigen tagen dass meine karriere wünsche und allgemein die berufliche leistungsgedanke irgendwie in den hintergrund rücken vorerst nur gedanklich emotional ich habe einen guten job führungsposition und befinde mich aktuellen gesprächen für eine unternehmensnachfolge mein herzlichsten glückwunsch das solltest du unbedingt machen denke ich ne toll echt und toll dass dein partner das mitträgt oder und dich unterstützt genau so soll es sein auch wenn ich stolz darauf bin dass mir das alles aus eigener kraft erarbeitet zu haben so frage ich mich aktuell warum der drang diesen weg zu gehen und etwas abnimmt er sagt er später nochmals zu unterstütze mich in diesem bereich voll und ganz bestärkt mich und ist stolz es liegt also nicht daran dass er meine berufliche laufbahn ausreden möchte ganz und gar nicht jedoch wenn ich in die zukunft blicke erwische ich mich dabei ein ruhiges und einfaches leben mit ihm zu erträumen also erst mal da hättet ihr ja mal gerade was da in der zukunft passiert das schauen wir einfach mal ne und ja jetzt denk mal du bist gerade voll vor seiner polarität dessen seiner polarität seid verknallt und ja also was die zukunft dann bringen wird das das kann man ja kann man ja der zukunft überlassen also muss man jetzt nicht planen denke ich aber gut jetzt ist es so ist das eine normale entwicklung in diesem ganzen polaritätsprozess ja das ist also du fühlst dich wohl einer seite des mannes und möchte so in die hingabe möchte ich dieser beziehung hingeben und ja weil schreibst du auch später hier weil es eben trotzdem das heißt trotzdem als auf augenhöhe ist es es ist modern es ist ja genauso wie es haben möchtest und dann fühlst du dich wohl und dann stellst du dir ein leben an der seite eines partners vor so soll es auch sein ja so jetzt kommt der schlimmer ich will es eigentlich gar nicht vorlesen aber gut muss ich mir sorgen dass ich auf einem falschen wie ich bin oder stimmt etwas mit mir nicht weil ich mich gerade danach sehne mich seiner führung unterzuordnen bitte nicht falsch verstehen zwischen uns ist sehr viel respekt wohlwollen unterstützung in allen bereichen es fühlt sich für beide sehr gesund an auf augenhöhe ich habe das gefühl ich verstehe dich komplett es kommt halt immer so schräg rüber sowas und ich weiß gar nicht was dazu sagen soll auf wikipedia ich habe jetzt ein wikipedia eintrag steht ich wäre einem christlichen menschenbild verpflichtet nee am arsch überhaupt keinem christlichen menschenbild auch kein buddhistischen sonst eben ich bin dem menschenbild verpflichtet dass jeder das machen soll wo er bock drauf hat nicht jeder in die beziehung gehen soll die für ihn stimmig sind und wenn das jetzt hier für die stimmig ist dann ist es wunderbar und ganz viele frauen nicht alle also ganz viele frauen haben gesagt dass dass sie sich wünschen dass ihr mann mehr dem als was ich mal gehört habe dass er mehr mehr führung übernehmen solle da dürfte euch jetzt aber nicht jemand vorstellen irgendwie mit jetzt niemand anträgern aber mit fünf kopftüchern und ich möchte mich mal meinen unterordnen sondern mein mann ist mir einfach zu lasch erst zu lasch so mal er soll mal klar sagen was was er will und wo er hin will und was er machen will und weil dieses entscheidung treffen ist halt in einer beziehung also muss ja in einem beruf auch jeden tag entscheidung treffen ist das in polaritäten unterschiedlich verteilt und viele frauen wünschen sich das dass den beruf voll ihr ding machen und oft auch in einer männlichen polarität sind was total richtig ist wenn man unternehmen führen muss und dann nach hause kommen und können sich fallen lassen können sich gehen lassen müssen abends nicht mehr alles mögliche entscheiden ob es zum italiener gehen oder zum zum griechen dürfen sie natürlich aber freuen sich dann dass wenn sie einen mann haben der sehr aktiv ist der aktiv dates initiiert der der wie kein waschlappen ist und ich hoffe ich weiß gar nicht welche worte ich da noch benutzen soll das ist natürlich absolut auf augenhöhe sind die aber wenn ich mal so beziehungen vorstellt in südlicheren ländern und die haben andere probleme aber sind die frauen super ich finde sie teilweise stärker als hier unten in unseren mitteleuropäischen ländern eine stärkere position mehr an ihrer kraft und was weiß ich also vielleicht kann es irgendjemand noch andere worte finden kommentaren das ist jetzt nicht mit gemeint dass sie wollen irgendeinen also ich sage das sowieso niemand wenn du jetzt das gegenteil gesagt hättest ich will in der beziehung die führung oder nehmen go for it macht das was für dich richtig anfühlt ist das seid ihr beide gerade voll in eurer lieblingspolarität innerhalb der beziehung ja fühlt sich das gut an ja macht das richtig spaß ja gibt es menschen die entgegensetzte polarität haben ja haben die auch ganz viel spaß in der beziehung ja jeder ja okay es fühlt sich für beide sehr guten auf augehöhe an und möchte ich meinen beitrag irgendwie künftig anders leisten nicht mehr zwanghaft nach dieser unabhängigkeit streben und ja mich mehr fallen lassen in diese beziehung und in seinen seine männliche polarität ist das normal bzw gesund dass ich an seiner seite und so empfinde absolut aber ich vermute mal sei doch frisch verliebt also ich würde jetzt keinerlei entscheidungen treffen und ich würde versuchen beides unter einen hut zu kriegen also dass du diese wie du jetzt du für dich deine polarität empfindest dass du das komplett ausleben darfst in dieser beziehung macht das wirklich lass dich da nicht von abbringen irgendwie und trotzdem bist du bad ass im job irgendwie und leitest irgendwie international international unternehmen oder whatever kannst alles erreichen vorstandsvorsitzende werden und du kannst beides haben das ist ja das tolle heutzutage du kannst beides haben und du musst dich jetzt aber auch nicht das würde ich auch sagen du musst dich jetzt nicht diesen mainstream unterordnen und müssen sie in der beziehung weiß ich nicht muss ich auch meine was ja was ja die gesellschaft gerade so sagt die frau sei doch gefälligst mehr männliche polarität leben oder sagen wir mal young männlich weiblich sind auch immer so begriffe young polarität und männer sollen gefälligst femininer sein nee am arsch du kannst ihr könnt das machen wie ihr wollt fühlt sich so für euch gut an fühlt sich richtig gut an ihr fühlt euch jetzt in diesem moment in der tiefe erfüllt und das ist doch wunderbar also ich herzlichen glückwunsch freue mich total für euch und nehmen dann wieder die ganzen bösen kommentare in kauf hier aber vielleicht auch nicht und ja go for it was ich nicht machen würde ist auch so eine verliebtheit irgendwie entscheidungen treffen die du hinterher bereust also ich sage immer gerade wenn man verliebt ist ich vermute mal dass ihr relativ am anfang seid sollte man hat schon sigmund freud gesagt meine ich sollte man keine großen entscheidungen treffen vor allem nicht irgendwelche unternehmens nachfolgen irgendwelche sachen die die präsentiert werden auf dem beruflichen tablet sagen ach nee jetzt bin ich gerade so schön ich bin so verliebt das mache ich jetzt nicht es kann sein dass du das im halben jahr komplett anders sieht also ich würde jetzt keine großen entscheidungen treffen und wirklich mal überlegen lässt sich das weil das ist ja auch ein teil von dir lässt sich das nicht vereinbaren ist doch großartig und du hast jemand gefunden das sagen ja viele erfolgreiche frauen das was ich immer überhaupt nicht verstehen kann ich finde das so toll wenn frauen mega erfolgreich sind finde ich echt cool und hot irgendwie aber scheinbar gibt es ja viele männer die ein problem mit haben aber du hast jemanden gefunden der dich unterstützt und das ist doch und das ist auch übrigens der ganze sind von polarität dass man sich gegenseitig feiert und gegenseitig unterstützt nur mit unterschiedlichen dingen häufig so weil die menschen halt unterschiedlich sind unterschiedliche dinge gut können so ne aber ja eine moderne beziehung ja akzeptiert dass menschen unterschiedlich sind feiert das und jeder leistet seinen beitrag an der beziehung jeder unterstützt den anderen und jeder lässt den anderen groß werden dass das ist eine moderne polare beziehung in diesem sinne wenn ihr jetzt noch fragen habt macht die fucking kurs macht den polaritätskurs macht die dating an der polarität und da kannst du echt auf die schulter klopfen good job hier hast du glaube ich jemand angezogen der für dich richtig passend ist sehr gute arbeit ach ja eine sache noch letzte chance heute in den adventsliebeschipp adventskalender einzusteigen echt sehr geil mit raunächten auch und so und es gibt auch noch das war irgendwie nicht so richtig aktiv gibt so ein offer diesen adventskalender mit dann direkt ersten januar neue jahr gleich starten mit der beliebten selbst liebe challenge ist heute noch aktiv zieht euch gerne noch rein vielleicht denke ich daran dass ihr drunter zu verlinken schau lieben